Ob zum Befestigen leichter Lasten oder zum Verfüllen von ausgebrochenen oder zu großgebohrten Löchern, der Wittfix Flüssigtübel von Wirt ist Ihr zuverlässiger Problemlöser. In wenigen Sekunden ist er einsatzbereit. Bei Vollbaustoffen füllen Sie das Bohrloch komplett mit dem Flüssigtübel. In Loch- und Plattenbaustoffen stecken Sie für eine sichere Verankerung Siebhülsen in die Bohrlöcher. Die Masse härtet schon nach kurzer Zeit aus. Dabei expandiert sie leicht, bis sie ausreichend verklebt ist. Überstehende Reste schneiden Sie einfach ab. Sobald der Mörtel leicht ausgehärtet ist, können Sie die Schraube direkt eindrehen. Auch bei ausgebrochenen Scharnieren oder anderen Holzreparaturen leistet der Flüssigtübel gute Dienste. In ausgehärtetem Zustand lässt er sich problemlos schleifen und überstreichen. Der Wittfix Flüssigtübel. Selbst bei schwierigen oder maroden Baustoffen ein Helfer, der hält, was er verspricht.